Hier ist der Spiegel mit der Lage am Donnerstagmorgen. Heute geht es um Bewerber für den Sprecherposten im US-Repräsentantenhaus. Ein großer Europagipfel findet in Spanien statt und brodeln an der grünen Basis. Spiegelredakteur Roland Nelles hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Till Schäbitz. Wer sind Steve Scalise und Jim Jordan? Die US-Republikaner stehen unter extremem Druck, einen neuen Sprecher zu finden. Es könnte schon in der nächsten Woche auf einen Zweikampf hinauslaufen. Zwischen zwei Abgeordneten, die noch weiter rechts stehen, als der abgewählte Sprecher Kevin McCarthy. Steve Scalise und Jim Jordan Scalise soll sich gegenüber einer Journalistin selbst einmal als Zitat David Duke nur ohne den Ballast beschrieben haben. Das sollte ein Hinweis auf den früheren Anführer des rechtsextremen Ku Klux Clans sein. Jordan ist nicht viel besser. Wie sein Vorbild Donald Trump stellte er die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 infrage. Seit Monaten verbreitet er zudem allerlei Verschwörungsmythen über den angeblich korrupten Joe Biden. Ohne jeden Beleg. Das lässt für die Zukunft des politischen Streits in den USA nicht viel Gutes erahnen. Besser wäre, die Partei findet doch noch eine echte Alternative. Aber nicht Donald Trump. Europagipfel im Krisenmodus Im spanischen Granada steigt heute ein großes Gipfeltreffen. Dort wollen Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Ländern der neuen europäischen politischen Gemeinschaft, kurz EPG, zusammenkommen. Diese EPG geht vor allem auf eine Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Er will, dass die EU-Staaten mit allen Ländern, die im weitesten Sinne zu Europa gezählt werden können, über gemeinsame Themen beraten. Eingeladen sind die Türkei, Großbritannien und die Kaukasus-Staaten. Ganz oben auf der Tagesordnung steht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Macron und die anderen EU-Chefs würden mit dem Gipfel in Spanien gerne erneut das Signal aussenden, dass Russland inzwischen in Europa nahezu isoliert ist. Als einzige europäische Länder sind Russland und Belarus nicht Mitglieder des neuen Clubs. Am Rande des Gipfels soll noch an anderer Stelle Krisendiplomatie betrieben werden. Unter anderem sind Vermittlungsbemühungen im Streit zwischen Serbien und Kosovo geplant. Angedacht war auch ein Gespräch zum Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Einigung beim Thema Asyl. Ärger bei den Grünen. Am Freitag wird der Gipfelreigen fortgesetzt. Dann beraten die Staats- und Regierungschefs der EU ohne den Rest Europas unter anderem über das Thema Migration und die EU-Asylreform. Das wichtigste Thema konnte rechtzeitig vor dem Gipfel gelöst werden. Es gibt nun die lange erwartete Einigung zu der sogenannten Krisenverordnung der EU. Grundsätzlich sehen die Pläne für die EU-Asylreform zahlreiche Ergänzungen und Verschärfungen vor, um unerwünschte Migration zu begrenzen. Bei den Grünen sorgt das für miese Stimmung, denn ihre Parteispitze hat dem Deal zugestimmt. Marina Kombaki aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel berichtet von einem Brandbrief von der Basis. Darin heißt es, Zitat, die Grünen beerdigen ihre humanitären Grundsätze. Svenja Burgschulte und Markus Schopp, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht leiten, schlagen darin einen bemerkenswert scharfen Ton an. Sie seien, Zitat, entsetzt über den Kurs der Parteispitze in der aktuellen Asyldebatte, schreiben sie und werfen ihren Führungsleuten Ignoranz vor. Auch von drohenden Austritten ist die Rede. Was sonst noch wichtig ist? Bei dem Busunfall nahe Venedig sind laut italienischen Behörden auch deutsche Reisende ums Leben gekommen. Die weiteren Todesopfer stammten demnach aus Portugal, Südafrika und Kroatien. Er hatte es zu Lebzeiten stets geleugnet. Nun ist der Beweis da. Der Großvater des niederländischen Königs, Prinz Bernhard, war Mitglied in Hitlers Nazipartei. Der Palast schweigt bislang. Trotz einer guten ersten Hälfte holte Dortmund gegen AC Mailand nur einen Punkt und ist Tabellenletzter. RB Leipzig hielt sich gut gegen Manchester City, verlor am Ende aber durch ein Traumtor. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de und wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend. Bist du in der Lage am Morgen. 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 Bist du in der Lage am Morgen.